Ich finde, dass die Kinder abends schlafen sollen, dass sich meine Kinder in das Verheizung vergeben. Aber die Kinder sollen nicht sagen, dass sie in der Gastronomie arbeiten, sondern sie sollen lernen, dass sie müssen den frischen Kopf haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unständig an, aber das ist meine Haltung so. Aus der Erfahrung, wie du als Jugendministerin soll er noch als Mutter gemacht haben. Und, äh, was haben wir noch? Ich denke, Ausbildung für alle, da bin ich bei Ihnen.